Es wurde auch mal wieder Zeit für extreme Spannung und Action auf meinem Kanal. Deshalb startet nun dieses Let's Play. Und da ihr im Projekt Voter Nummer 1, der noch von meinem alten Kanal aus ging, für dieses Spiel gevotet habt. Falls ihr noch nicht gemerkt habt, das Video im Hintergrund ist rückwärts abgespielt. Und unscharf gemacht, denn ich will ja nicht spoilern. Und rückwärts zieht es ja auch ein wenig lustig aus. Aber da dieses Projekt eher spannend und actionreich als lustig sein wird, freut euch extrem drauf. Eine neue Mischung und neuer Spaß. Auf einem spannenden und actionreichen Niveau. Im ersten Part seht ihr dieses Video im Hintergrund übrigens in Echtzeit und in ganzer Schärfe. Nun, neugierig? Dann schaltet ein. Bei L4D bzw. LFD bzw. Left 4 Dead.